ARD Text im Auftrag von Funk Ich hätte ja jetzt schon fast gesagt, ich bin die neue Mitarbeiterin der Samenbank und bitte um eine Spende, aber... Ja, da hätte aber auch wahrscheinlich irgendwie ein Fingerhut gereicht. Ja, da hätte ich gerade meine Potenzinfrage. Nö. Hier bitte, einmal voll machen. Der schwarze Diagreis da auch drin, das wäre extra Trauerfälle. Oh, oh, der Kess ist aggressiv, der hat ein Hackebein in der Hand. Ja, das ist ultra geil, ne? Zwei Schläge hast du in Zombie damit weg. Vor allem die Hunde sind gut damit abzuwehren. Oh, geht das mit dem hier auch? Ich krieg mein Pipi. Äh, weiß ich, ich muss mal versuchen. Also in der 6-4er-Version war die Kacke. Oh, Jumi, wo wollten wir denn hin? Also, ich habe vorgeschlagen, zuerst zur Werkstatt zu gehen, beziehungsweise zum Schrottplatz. Dann gehen wir rechts hoch zur Körperstadt. Und, äh, wenn auch Zeit mit Lust ist, können wir oben irgendwas mit dem Schneedium nochmal machen. Dann hätten wir eine schöne Strecke. Jo, kann ja mal gucken, was wir so schaffen. Die Hunde haben was von dem Film I am Legend. Genau, Service. Ähm, ich geh nochmal ein bisschen mehr Wasser mitnehmen, ne? Jo. Weil ich hab zwar genug, aber ich bring nimmer noch mit, wann noch fertig ist. Äh, zum Essen hab ich schon nix mehr. Ich hol mir auch noch ein bisschen Wasser. Bring mir bitte auch noch ein bisschen. Ich hol mir noch schnell was zu essen. Und zu essen hab ich leider nicht mehr so viel. Mensch, sind wir wieder gut vorbereitet, ne? Ups. Also rotes Holz kann man nicht mehr machen. Seltsam. Ja, ich krieg auch dieses Tue nicht mehr hin. Ich weiß nicht, wieso. Ich hab's schon nachgelesen. Es steht nur, dass... Also ich konnte jetzt nur das 6er-Rezept finden. Für die 7er hab ich noch kein Rezept. So weit ist gut. Ah, Moment. Das ist Bolt-Wenschen, das sieht dir gut aus. Ich hab' was anders gemacht. Ah! Bin ich gut oder bin ich gut? Absolut, so gut. Naja. Tada! Bum, 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 bum. Hast du jetzt ausgefunden, wie man doch rotes Holz machen kann? Ja, ich verrasse nicht. So, Lucia, ja. Tanja, willst du noch Wasser haben? Ja, gerne. Drehen? Dankeschön. Äh, ja, danke. Äh, nein? Oh, ich hab da keine Schachschutznummer zu haben. Ja. Ähm, wer wollte noch was essen und wer wollte noch was zu essen haben? Die Drehen 10. Ja, ich hab noch ein bisschen Brot. Brot. Ich hab's Klacken hören. Ja, danke schön. So, jetzt haben wir hier den Edi, die Devil, die Sweet, die Drehen und da kommt noch der Jumi und der, der, der... Edi, wo ist er? Wo ist unser Edi? Der Dash, der kommt ja noch. Komm mal. Ist da noch jemand Blaubeeren? Nee, bist du blau danach? Nur wenn da mit Huxa drinne ist. Ich hab... Warte, ich geh eben ab, ehren. Und da müsste noch einiges bei rumkommen. Die sind alle reif. Da kommt der Jumi angekluckert. Und da kommt unser Dash AB. Das sind ja geile Steine. Wie kriegt man die denn her? Aus Städten. Das sind auch Lehmsteine. Lehmbricks. Die sehen richtig geil aus. Die sehen aus wie ein Badezimmer. Ja, so aus den 80er Jahren. Das hab ich mal nicht meint. Nee, das ist von The Dog. Der ist aber im Moment leider nicht on. Das wird die öffentliche Toilette da. Das Kleinhäuschen. Ja, innen drinne, wenn ihr gucken möchtet, da hat schon jemand auch einen Haufen reingesetzt. Und das direkt... Das ist aber böse. Oh, das ist aber ein Riesenteil. Ja, ja. Oh, da hat einer den Pfiff gehabt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wollen wir dem noch eine Blume draufsetzen? Ist schon klar. Danke. Ja, wie sieht's aus mit Aufnahme? Ja, die läuft ja schon die ganze Zeit. Na dann mal einen guten Abend. Ja, hier. Falsche Taste Achso, waren die nicht für mich? Ich hab jetzt ihr Blauwern geklaut Macht nix, nimm's ruhig Danke Ich hab auch, soll's mit Na dann mal los, ne Für Notfall sind die echt cool Ja, auf jeden Fall Da müsste man auch Saft draus machen können, das ist ja schön So aus den Früchten Boah, ihr müsst euch mal hier hinstellen Ihr hört sich an wie beim McDonalds, ey So ein Blueberry-Eis Ja, aber wo ist denn der Jumie, der hat doch die Karte Ich hab die Karte? Ich steh doch hier Du bist der Wegführer Ich bin ein Wegführer Ja klar, du bist immer der Wegführer Das kann ja was geben, ist der TomTom Laufen wir oder gehen wir gemütlich? Ja, gehen, glaub ich, ne Ist ressourcensparender Ist doch besser, im Gehen kann ich den Edi besser verhauen Der Spiel ist nicht so weit weg an Hast du dein Mikronik vor dem Mund? Au! Ah, ich glaub jetzt ist es besser Die Aufnahme läuft wirklich schon? Ja klar, die läuft die ganze Zeit Oh oh So Gut Der Jumie-Part zeigt euch, wo's lang geht Oh scheiß Köder Vorsicht, da ist noch so ein Croucher Na klar, wenn ich da bin, ist schon alles abgegriffen Na, nicht mal ein Knochen Ach Schnucki, irgendwann sind wir voll, dann kannst du auch Ja, was ist denn das da hinten? Für Häuser Das ist die Westernsteier-Städtchen Nein Ach, nein Die kenn ich gar nicht Da hab ich schon noch nie gelesen Brauchst du auch nicht hin, die ist schon geblündert Genau, am ersten Tag Am Grad Janett, ne Aber in meinem Alter, so mit dem Rollator hier durch den Wüstensand Das ist schon echt ein bisschen schwierig Anstrengend, ne? Ja Ist hier keine Geländereifen drauf? Ne Ich sterbe jetzt Ich sterbe, ich sterbe Ach, ja Ich lasse mich an Ich schütt euch Ja, das hat Spaß gemacht Da liegt ein Rucksack Achtung, da sind noch mehr Hunde Ja, zwei Stück noch Oh, ähm, ich bin hier wieder In der Base Und äh, Picknicker ist eine Runde Ich melde jetzt alles in einen Chest rein, schnell und komme wieder Bleibt der da liegen? Ähm, ne, der bleibt Oh, man, wir haben mich jetzt Hunde geküllt Ich wollte auch gesagt haben Brauchst du, da sind viele Hunde drin Da ist noch ein Hund Komm, da Ich glaub, eigentlich muss ich wo nicht Dann könnte ich ja unendlich laufen Da Okay, dann komm ich jetzt Erscheinen reicht Ach, Mann Nichts darf, meine Oh, guck mal hier, Jumis Bett Jeder Ich hab überall auf der ganzen Map mein Bett verteils Ja, irgendwie, ne? Aber auch immer nur das gleiche Bett Nein, ich muss das ja aufbauen Lass mich das aufbauen Er muss ja jetzt mal hinstellen Nee, ich will sie aufbauen Schmeiß einfach weg Nimmst du doch weg und schlässst du sie auf? Baby Bett Huch, jetzt rutscht da schon wieder ins Inventar Also, hallo Also, ich würde sagen, wir gucken unsere Sachen alle nach Ob sie noch da sind alle Weil hier rutscht alle zu schnell weg Du warst das TNT mal weg Gib mir das Bett wieder Gib mir das Bett wieder Du hast es doch schon Nein, ich hab es nicht Du hast es schon Nene, ne, ne Nene Was? Ah, zum Glück habe ich noch 10 Schoße der Pistole Ichi, hey Oh, weißt du Jumis, das Schöne ist? Dein Bettler ist da rauf weg Wollen wir das mal probieren? aber es da hält jetzt weil du musst ja auch ein zwei steine rausschlagen ja also im ts datei brosa ist eine jpeg datei kann man die jetzt runterladen achso ja keine ahnung ja wie das wird gelöscht ja es wird hier was erklären was das in koordinaten aufgeteilt und bis auf zwei koordinaten werden alle immer wieder zurückgesetzt damit immer wieder was fluten kannst irgendwann werden die immer zurückgesetzt alle paar tage muss manuell machen oder geht das automatisch nee das muss ich hier von hand machen aber nicht diese wo ich bei der burg da umbau oder nein da noch nicht